Oh mein Gott, ist es lang her, dass wir das Pferd zuletzt gesehen haben. Wins and Fails mit Dark Honey. Und by the way, wusste ich überhaupt nicht, dass die Sättel auf das alte Modell draufpassen. Cool. Uh, da hätte ich fast vergessen, die Aufnahme wieder zu starten. Eieiei, das ging jetzt fix. Ich habe jetzt natürlich ein denkbar schweres Championat ausgesucht hier mit Dark Honey. Ähm, mit sehr engen Bereichen und dann mit so einem relativ massigen Pferd. Ich weiß nicht, warum mir immer noch Wettbewerbsgruppe wird erstellt, steht. Das, äh, I don't know. Aber es macht nichts. Ich fand irgendwie, ja, jetzt haben wir langsam Herbst. Wir haben, ähm, ja, Ende September. Es ist jetzt schon fast Oktober. Und ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Habe ich nicht Dark Honey auch zu so einer Zeit ungefähr gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wann sie rausgekommen ist. Sie ist auf jeden Fall nicht mit dem ersten Schwung Shire Horses gekommen, ähm, sondern mit weiteren Farben, mit weiteren Farbvariationen für unterschiedliche Rassen. Wie wir auch morgen welche im Update bekommen. Da wird übrigens auch zeitnah ein, ähm, ein Pferdekauf-Video kommen. Das heißt, auf jeden Fall, äh, reinschauen. Wow, oh Gott, oh Gott. Uh, und, ähm, ja. Ja, Dark Honey heute nochmal unter dem Sattel. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe es. Ich liebe es. Ganz ehrlich, ich reite die Alpenpferde nach wie vor gerne. Ich reite sie nach wie vor gerne. Ich bin zwar die Shire Horses nie so gerne geritten in Championaten. Die Alten. Und den Neuen, ähm, finde ich es cooler auf jeden Fall. Aber es, es macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Ich finde es, das ist einfach so ein schönes Nostalgie-Feeling. Und, ähm, mir fehlen die alten Pferde. Mir fehlen die alten Pferde. Mir fehlt die alte Zeit. Ähm, was man da noch alles in Star Stable erlebt hat. Ich weiß nicht. Das war ein anderes Feeling auch, als da noch neue Quests reingekommen sind. Und es hat sich anders angefühlt, als, ähm, ja, als die Zeit jetzt, wenn neue Quests reinkommen. Ich kann gar nicht genau sagen, wieso, weshalb, warum, ähm, warum das so ist. Keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist einfach nicht mehr das gleiche Gefühl, wie es damals gewesen ist. Und das ist, es ist irgendwie traurig. Das ist so ein bisschen, Star Stable macht für mich gerade so ein bisschen die gleiche Entwicklung durch die World of Warcraft damals für mich durchgemacht hat. Dass es einfach irgendwann nicht mehr das gleiche Feeling gewesen ist. So, Platz 6 ist es geworden. Meinem Goldblatt-Championat. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut. Und bis dahin. Tschüss.